Weniger Manor-Läden, Aussicht von Cedric Wermut und Nemo am Euro-Wishing Song Contest. Das musst du heute wissen. Die Wahrhause hat im Manor geplant zwei Standorte im Tessin zu schliessen. Das soll ab dem Frühjahr 2025 passieren. Für die über 100 Mitarbeiter ist ein Sozialplan vorgesehen. Die zweimonatige Ferien-Aussicht vom SP-Präsident Cedric Wermut gibt Gesprächsstoff. Denn sein Vorgehen widerspricht dem Parlamentgesetz. Der SVP-Nationalrat fordert, dass Gelder gekürzt werden, während Abwesenheit von länger als 14 Tage sind. Cedric Wermut sieht das nicht als ein Problem. Sehr positiv aufgeregt. Langsam kommt das Gefühl von «Ah, wow, das ist echt!» Jetzt ist es offiziell. Nemo wird die Schweiz am Euro-Wishing Song Contest in Schweden vertreten. Meeting Song «The Code» wird Nemo um den Titel kämpfen. Für mehr Infos, geh auf blick.ch und folg unserem Kanal.